Eine Reihe von Erdbeben hat soeben den Süden von Kalifornien erschüttert. Ich war auf dem Freeway und habe Spinnen gesehen, so groß wie Menschen! Die richteten auf uns, die dort haben Feuer aus ihrem Maul gespuckt. Hast du wieder angefangen zu trinken? Hey, stopp! Uns erreicht gerade eine Eilmeldung. Es scheint wohl so zu sein, dass Colton West heute einen Touristenbus entführt hat. Ich sag ihm vielmals! Wir kriegen da vorne gleich ein Problem. Scheiße! Kein Ticket, keine Busse! Mama! Kohlekraft voraus! Ich sag euch was, das wird echt übel und zwar ziemlich schnell. Da hast du dich mit der Falschen angelegt. Verschwindet von der Straße! Du auch, wer los! Ich hätte wirklich gerne, aber ich habe gerade heftige High-Probleme. Man sieht sich!